Der nichtsahmende Nachrichtensprecher will die Nachrichten über Südkorea vermelden und da kommt die Tochter rein mit dem Powerwall und zack, hat er hier eine geknallt. Da kommt schon das nächste Klingel. Auf diesen Rollwagen, wie heißen diese Teile? Ich würde ja sagen, Knall an. Und Achtung, da kommen die Mutter rein, geschlittert, wie so ein Geheimagent. Und wichtig, ihre Hose. Sie, ihre Hose war nicht richtig. Zu, die Wabone auf Klo. Geht auch gewünscht raus, damit sie keiner sieht. Na, er versucht die Fassung zu machen. Achtung, Achtung. Hört zu. Nordkorea, South Korea. Tja, Homeoffice mal anders.